Ladies and Gentlemen, Willkommen zum heutigen Run, zum heutigen Shakira Gedenk Challenge Run And here we go Und den Magneten, aber ich glaube den umgedrehten Magneten Und ehrlich sagen, ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, was die Challenge hier alles war Achja, man zieht Gegner an Okay, das wird doch problematisch Diese Challenge glaube ich selber noch nicht versucht, ich habe mal gelesen, was es ist, aber Das kann was werden Gucken, dass ich meinem Gegner nicht zu nahe kommt, gut, das geht mit Anti-Gravity, hier ist eigentlich auch ganz gut Speed up, das ist gerade nicht verkehrt, da gehen wir jetzt auch schon mal rein Ähm, ja, 1 Soul Heart nehmen wir Ebel wäre zwar auch nicht so schlecht, aber ist auch nicht unbedingt ein Muss, insofern passt gerade schon Ja, es ist die drittletzte Challenge Na Da kommen wir so gerade auch nicht dran, aber Unten wären Tinte Drop, den ich ganz gerne hätte und ich kann mir hier zumindest eine Bombe kaufen, denn ich habe jetzt wieder genug Geld Die nehmen wir mit Die nehmen wir mit Und dann Kriege ich es hin, dass ich trotzdem an die Kiste komme? Mal gucken Yes, plus small rock, sehr schön Oh halleluja Das fängt doch ziemlich cool an Ich habe mir noch irgendwo ein Schlüssel droppt Ok, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, yes, perfekt Die Cursedroom nehme ich jetzt auch mal mit, da ich zumindest kostenlos reinkomme Und jawoll, ja Zwei Evil Hearts Das läuft Ich muss jetzt nur ein bisschen vorsichtig sein, dass ich diesen Run nicht verbocke, denn das läuft gerade ziemlich cool Und das würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen So, Steven, ja, ist okay Ich werde wirklich wahrscheinlich Little Steven bekommen Auch wenn mir Steven als Damage Upgrade deutlich lieber wäre So Ah, mit dem kleinen muss ich ein bisschen aufkosten Allein schon, weil ich nicht Ja genau, wegen dem Magneten Und Etwas ärgerlich Aber was soll's Ich kaufe mir glaube ich noch kurz die Bombe Damit ich da diesen Tinted Rock sprengen kann Wenn genug aufgeschätzt wäre Scheiße, die Bombe habe ich vorhin schon gekauft, ich hätte einen Schlüssel noch kaufen können Ah Scheiß drauf, wir haben gerade ja noch Zeit Clearen den Rest des Floors jetzt mal noch Vielleicht finden wir ja noch eine Bombe Ich mag diese Viecher nicht Mal ein bisschen Wave Up Das ist auch nicht so verkehrt Leider hier wäre noch ein Tinted Rock gewesen Schade Dann noch ein Herz dazu There it is Sieht alles nicht so schlecht aus So Weiter geht's Oh scheiße Die Viecher sind zusammen mit diesen Feindmagneten Echt fies Generell, die Kackhaufen sind hier gerade das Schlimmste was mir passieren kann Kann glücklicherweise fliegen Aber Es war ein Treffer zuviel vorher Der hätte nicht sein dürfen sollen Broken Ankh Ist nicht so schlecht Aber Ich nehme glaube ich lieber mein Faith Up Da ich damit die Chance habe Mehr Soul Hearts zu kriegen Und Broken Ankh ist so ein bisschen Glücksspiel Das ich hier gerade nicht eingehen will Ist mir Faith Up glaube ich deutlich mehr Wo So Der ist hin Oh nein Die sind auch fies in Kombination mit den Magneten Du schon Steven Little Stevie Tu deine Tu deine Arbeit Himmel Weg damit So Faith Up Oh ja Troll Bomb Immer nett Aber immerhin Eine Bombe und ein bisschen Geld Bis jetzt Kann man wirklich sagen Läuft der Run ganz gut Und dann Geht's jetzt irgendwann wirklich mal so in Richtung Afterbirth Denn Allmählich Nähen wir uns dann 100% dann doch an Ich bin glaube ich im Moment bei 167 Achievements Von 179 Die es glaube ich gibt Hmm Das ist Tears Upgrade Oder das ist Range Down Range Down Scheiße Hätte ich besser aufpassen können Schlüssel nehmen wir gerade noch mit Wenn er gerade billig ist Das ist ein Tinted Rock Ich weiss gar nicht Hängen die Tinted Rocks eigentlich mit dem Faith Up zusammen? Oder Weiss ich gerade wirklich nicht Aber es sieht irgendwie schwer so aus Und da ist nochmal ein Tinted Rock Das finde ich gerade sehr sehr cool Zumindest genügend Health Das war knapp Ich bin fast getroffen worden Oh Das war knapp Ich bin fast getroffen worden Wow Ansonsten was im Moment noch fehlt ist eigentlich nur noch der Lamp Kill mit Judas Sowie Der komplette Dark Room Run mit The Lost Und dann müssten die 100% eigentlich demnächst mal voll sein Sowie meine Health hier die ist auch wieder voll Ja Ja das passt auch zum Boss Girdlings Oh Scheiße Die sind hier gerade so ein bisschen das doofste was mir passieren kann Ich habe gerade echt Glück dass ich fliegen kann Denn ansonsten Wer mir hier fast schon garantiert dass ich irgendwann Von ihrer Blutspur ausrutsche und damit Schaden nehme Yes Ranger Ist jetzt nicht unbedingt das was ich gebraucht habe aber Ah das nehmen wir jetzt nicht Bloodlust denn ganz ehrlich Allein schon mit diesen Gegnern Mit dem Gegner Magnet Ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch dass ich mir irgendwo dann doch nochmal einen Treffer einfange und dann Dadurch noch zusätzlichen Schaden zu kriegen Mit zusätzliches Damage Das ist gerade nicht so schlecht So Hier noch eine dritte Kiste Schlüssel und Bomben Ja Meine 10.Drucksträhne anhält Ist das nicht so schlecht Ja Ich habe glaube ich wirklich Glück dass ich am Anfang gleich das Fate bekommen habe und damit fliegen kann Denn ja Das hätte ich hier auch schon wieder ein Problem gehabt Sehr schön Ah das sind die Tränen die magnetisch sind gar nicht ich Ok das müssen wir auch nur wissen Du musst jetzt leider drauf gehen Death Hankman brauchen wir nicht aber die Death-Parte ist nicht schlecht Ah das ist ein bisschen doof Ah das ist ein bisschen doof Help up Grossartig So in den Raum sprengen wir uns jetzt rein Kostet mich zwar gleich zwei Bomben aber irgendwie das Gefühl das könnte das ganze wert sein Ja Jawohl Half aufgefrischt und das finden wir hier Das geht weiter das könnte der I am Error Room sein das wäre gerade sehr sehr nice Hier können wir ein Health-Up rausholen das können wir gerade sehr gut gebrauchen Nein kein halbes Herz ein Health-Upgrade Komm schon her damit Der will auch nicht so richtig ne Na also Da ist es Schlüssel haben wir jetzt nicht genug Sharp Plug ist eigentlich nicht schlecht Können wir hier gerade aber auch nicht unbedingt brauchen Keine Bombe mehr um den zu sprengen das ist ein bisschen ärgerlich Secrets Map nehmen wir jetzt mit Danach Wir nehmen jetzt nicht den direkten Weg denn ich will das Boss-Item haben Aber das hat sich durchaus gelohnt Der Sharp Plug wäre auch ziemlich cool gewesen wenn ich ein entsprechendes Item hätte aber Das ist eben nicht der Fall Das ist eben nicht der Fall Dementsprechend machen wir hier mal so weiter Oh man ihr nerft Ihr nerft so richtig So Tinte Drop und ich hab keine Bombe Mega fett hier Ist okay Ist jetzt nicht so problematisch Bisschen nervig aber nicht wirklich schlimm Okay aufpassen wo ich hintrete sollte ich vielleicht trotzdem Jetzt gebt mir nen Double Deal denn ich habe gerade wirklich genügend Health Um auch ein bisschen was zu kriegen und natürlich keine Speed und Short Speed Up das ist auch nicht so verkehrt Und dann Wir könnten da unten jetzt noch nach Bomben suchen Ja das machen wir jetzt auch Außerdem haben wir gerade genügend Damage um Das hier für irgendwelchen Gegner nicht fürchten zu müssen Ich bin fast übersehen Bomben bitte Double Bomb Das ist fast schon perfekt Und noch mehr Bomben Und noch mehr Bomben Es geht doch Ab und zu kann dieses Spiel auch wirklich nett zu einem sein Noch ne Bombe Noch ne Bombe Ja es hat gehört dass ich Bomben wollte Kurz nochmal hier rein Eigentlich können wir jetzt auch hier unten durch So Soul Hearts haben wir jetzt ohnehin genug Hier geht noch kurz drauf Okay die Spin hat sich wohl verdient Ja läuft Und ab nach unten Muss immer noch vorsichtig sein Es kommen noch genügend Floors die mir den Run versauen können Aber Ich glaube gerade Kann ich so Ein bisschen leicht vorsichtig optimistisch sein Denn ich habe hier gerade nicht die schlechtesten Voraussetzungen Um diese Challenge hier erfolgreich abzuschliessen Und damit eines der letzten Achievements zu holen Was haben wir hier? Two of Spades Mehr Schlüssel ist immer gut Da hätten wir den Secret Room Die Blue Map ist praktisch Golden Poop Nee Wealth of Wealth nehmen wir jetzt nicht Kommt außerdem zu steht Als das natürlich was nützen würde Jetzt gehen wir noch schnell aus bevor die irgendwas machen Gehen wir hier rein Jawohl Das hat sich ja sehr gelohnt Dafür musst du ja jetzt immerhin dran glauben Tut mir leid Oh Lieblingsgegner Knapp Knappekiste Sehr schön Ist sicher dass wir uns in den Secret Room rein sprengen können Ist damit auch Na komm schon Schlüssel Kill Knappekiste Speed up Nehmen wir gerne Doch so langsam So langsam Okay Also Soul Hearts haben wir für diesen Flur schon mal in Reserve Kann das Ding leider auch nicht sprengen Ja Soviel dazu Ist hier doch ein guter Zeitpunkt für Greed Ist ja kein Greed Ich glaube Greed mag mich in diesem Run nicht So So Ja wunderbar Konnte man auch nicht mehr ohne Treffer raus Aber immerhin Es hat kurz vor dem Boss noch mit der Bloodlast Damage gesteigert So Soul Hearts finde ich nachher wieder auf Jetzt gehen wir erstmal zum Boss Camarion Queen Jawohl Ja hier schluckte Guck der Ist wirklich somit einer der beschissensten Gegner Wegen dieser Red Poops Aber außerhalb vom Boss Rush Lässt die sich glücklicherweise ganz gut kontrollieren Und ich habe hier auch nicht das schlechteste Item damit Hier sind die Anti-Gravity Tears Himmel Herrgott Die Anti-Gravity Tears ist relativ gut Während ich in den Red Poop reinfliege Muss ja mal wieder sein Einzige Negative Das Viechheld verflucht viel aus Und weigert sich hier auch meine Bomben zu pressen Meine Herren ey Natürlich Auch ein Treffer musste sein Komm schon Naja und jetzt sind wir soweit Dass sie in Diagonalen hier rumflitzt Wow Was kein Treffer war So ein bisschen verwunderlich Aber Will mich ja nicht beklagen Wow 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 So Sehr schön Regeneration und HP ab Krampus? Nein Contract from below Das ist nett Goofy's Hairball Brauchen wir jetzt nicht unbedingt Aber Wenn sie mit Soul Hearts in Reserve Dann nehmen wir die mal Schaden kann das Ding ja auch nicht So Jetzt gehen wir noch kurz die Soul Hearts auffüllen Natürlich noch den Red Poop berührt Das musste absolut sein Steps 1 Ah Mist ich hab mich da sogar raussprengen können Auf der anderen Seite Ich hab die Bloodlast getriggert Hab mein Damage erhöht Ah das war's fast schon wert Weil ich nur eine Bombe hab und mich damit aus dem Secret Room auch nicht mehr raussprengen könnte Insofern Ist das schon in Ordnung? Etwas ärgerlich Foley Darrow Energy brauchen wir nicht Are You Wizard brauchen wir noch weniger Dann nehmen wir das hier mit Keine Bombe gedroppt Wir könnten noch welche brauchen Aber etwas Cash Ja so geht's auch Und mehr Bomben Immer gut so was Das meinte ich eben vorhin Man fängt sich leicht mal ein paar Treffer ein Wir allein schon deswegen nicht unvorsichtig werden Sonst Hier ein Problem und auch hier wieder Fliegen kann so enorm wertvoll Ich sollte langsam wirklich mal vorsichtig werden Ja der war überfällig Na komm schon Greedy Greedy Boy Okay Hier wieder einen unnötigen Treffer Ja auf hab Ja auf hab Dankeschön Also mit Health ist das Spiel in diesem Run sehr sehr großzügig zu mir Kann man wirklich nichts sagen Ich hab mir selbst so oft gedacht Bei einzelnen YouTubern wo ich mir selbst Isaac Runs angeguckt habe Haut up! Ich krieg gar nicht mal so gut T-Meerser Sehr schön Aeromount Sollte Tankler vielleicht zählen Die ich noch nicht kenne Vorsichtig sein denn Ganz ehrlich alles Gute hatte ich eigentlich schon Trotzdem weiter weil ich die T-Gel-Doom noch haben möchte Ja Na der bringt eher nichts Also denn Auf zum Bosse Gisch Ach komm schon Gisch brauchen wir dich jetzt heute hier wirklich Schaden ist bei 13,3 ab Und tschüss Gischi Boy So Kein Deal Okay mit 33% Ist irgendwo logisch aber irgendwo auch nervig Schade 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 Ein Devil Deal wäre jetzt gerade sehr sehr wünschenswert Aber ja Ich kann mich hier insgesamt gesehen über Items auch wirklich nicht beschweren Hier haben wir Geld Jetzt können wir nur hoffen dass wir nachher nicht Super-Greed kriegen Hm das hat bei einen erwischt Das sollte es nicht Okay da hinten geht's wohl weiter So Das sind solche Räume da kann man fast nicht durch Zumindest mach ich irgendwas falsch So Na komm schon So So Hm nicht schlecht Immerhin mit dem da rauskommen auch wieder mein Damage hochgetrieben Gleichzeitig hab ich immer noch fast voller Energie Fast alles schon Oh ne nicht wieder Da ist ein Tinted Rock Ich zweifel's weil mein Soulheart wieder aufladen kann Aber jetzt geh ich erstmal kurz hier rein Ah Fehl knapp Ich brauche ne Bombe Am besten verliert zwei Ja natürlich Super-Greed musste noch kommen War irgendwie klar Wie war das wirklich klar Ja wie viele Wie würden wir denn noch spawnen So Schade Geld hätten wir jetzt genug Das passt schon So So Weiteres Evilheart Sehr schön Und jetzt Mom here I come Ich zieh den Fuss nicht ab Und ich mache genügend Schaden Insofern Das passt schon Oh Ah Das passt schon Ah Man sieht auch hier Wo ich ein hohes Damage hab Wie viel die aushält Da haben Zu viele Tränen gespawnt Dadurch Doch ihr Gegner angezogen Und Ende Und das war's schon Okay Ich dachte das geht noch weiter Ja komm Nehmen wir Krampus Nehmen wir Krampus Als wahren Endboss Jawoll ja Ja krass So Head of Krampus Damit beenden wir den Run doch gerne Noch einmal für den Lichteffekt Yay Und das war's Death's Touch There we have it Das hat mir jetzt echt schon lange gefehlt Und ja Wir sehen es hier Challenges soweit durch Wir haben noch Eans und The Family Man Plus noch verschlossene Challenge Die um genau zu sein The Glass Cannon ist Wozu ich aber noch meinen The Lost Run machen muss Ich denke der kommt jetzt dann beim nächsten Mal Und bis dahin Hoffe ich euch hat's gefallen Ich verabschiede mich Auf Wiedersehen